Mein Name ist Dr. Hans-Peter Brocker. Ich begrüße Sie hier am Stand von ProBag IPC Sportprodukte. Wir stehen für die natürliche Gesunderhaltung und Leistungssteigerung von Brieftauben und produzieren Nahrungsergänzungen, die den Stoffwechsel der Brieftaube unterstützen. Zur natürlichen Gesunderhaltung von Brieftauben bieten wir eine Kombination von Oreganoöl und dem sogenannten ProBag 1000, unserem Basisprodukt, an, einem Probiotikum. Das Probiotikum enthält lebende positive Bakterien, mit denen die Darmflora sozusagen überflutet wird und damit schädliche Bakterien wie zum Beispiel Salmonellen oder E. coli austreiben. Das Thema Leistungssteigerung bei Brieftauben unterteilen wir in drei Teilbereiche. Einmal Leistungssteigerung durch die Verbesserung des Blutes, einmal durch die Unterstützung des Eiweißstoffwechsels und einmal zur Verbesserung der Muskulatur. Zur Verbesserung der Bluteisenwerte setzen wir das sogenannte aktive Eisen ein, eine organisch gebundene Eisenform, die den Blutsauerstoffwert erhöht. Die Taube besitzt zwar einen Fettstoffwechsel, bezieht aber ihre Flugenergie zu 10% auch aus der Verbrennung von Eiweiß. Dazu setzen wir zur Regenerierung nach dem Flug unser APF 90 ein, ein tierisches Eiweißkonzentrat mit einer sehr hohen biologischen Wertigkeit, die die Regenerierung der Taube nach dem Flug verkürzt. Die dritte und letzte Komponente zur Leistungssteigerung von Brieftauben liegt in der Verbesserung der Muskulatur oder auch in der Verbesserung der Ermüdung der Muskulatur. Dazu nehmen wir das CMK, normalerweise in Verbindung mit dem Carbopower. Durch den Carnitin-Gehalt in dem Produkt ermüden die Tauben sehr viel weniger und erreichen wesentlich mehr Spitzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017